So, da bin ich auch schon wieder zurück mit einem kleinen, aber wahrscheinlich für die meisten doch schrecklichen Infovideo, denn SexyMotella hat wieder mal ein Video hochgeladen, was die nächsten Skins sein sollen im Shop, die quasi schon mal im Shop drin gewesen sind. Wir gucken auch mal gerade rein, welche Skins das sein sollen und warum es keine guten Nachrichten gibt, könnt ihr euch fast schon denken. Wir gucken mal gerade hier durch. Gut, den Skin kenne ich noch. Der NBA-Spieler, ja, nice. Den kenne ich auch noch. Hier hinten die zwei, also der Tiefsee-Taucher da, den kenne ich überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob ich den kenne. Gut, den Bendy, den fand ich schon immer hässlich. Welche Skins haben wir noch? Wer so habe ich ja in Blau wegen Playstation. Dann, klar, Harley Quinn soll kommen, Marshmallow soll kommen, Major soll kommen. Und das Problem ist, kein Travis Scott. So soll ja der Skin aussehen, der dann bald kommt. Mit dem Comic, wovon ich eigentlich noch für euch noch ein paar übrig habe, ne? So, seid gespannt. Aber, halt, wie gesagt, wir gehen nochmal gerade gucken. Hier ist kein Travis Scott dabei. Ich hoffe mal, sie irrt sich für die meisten von euch, aber es sieht nicht gut aus. Wenn wir hier weiter nach rechts gehen, da kommt es vielleicht, obwohl, könnte da noch ein Skin sein vom Abstand her, weil sie geht nicht ganz rüber. Ne, weiter geht sie nicht. Oder sie verhält sich das selber vor wie ein separates Video. Das kann natürlich auch sein. Aber, wie viel ist denn ungefähr ein Skin? Wenn sie ein Skin weiter rutscht, warte mal, ich gucke mal gerade. Ich will euch da natürlich auch... Ah, da könnte noch ein Skin sein, weil sie ist nicht ganz durch. Da kommt noch einer. Na, ich glaube, sie hat extra angehalten. Also, wir müssen da einfach mal gespannt sein. Mal gucken, ob er reinkommt oder nicht. Aber ihr seht hier, Marshmallow dabei, er dabei, sie ist dabei. Und ich hoffe, ich konnte euch halt damit wieder weiterhelfen. Gerne ein Like da lassen. Und in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Und haut rein!